Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video von uns den Modellman Bros und heute geht es um diesen leeren Berg der jetzt in diesem Video sozusagen erstellt wird und genau was brauchen wir dazu? Ganz einfach wie wir gerade gesehen haben benötigen wir natürlich sehr sehr viel Styropor es geht auch mit anderen Materialien allerdings hatten wir noch sehr viel Styropor übrig und deswegen haben wir damit gearbeitet dann benötigen wir natürlich auch noch Gips dazu dementsprechend auch viel Wasser dann benötigen wir schwarze Farbe und eine Schneemasse die sich auch wie Gips verhält und dazu brauchen wir natürlich auch wieder Wasser dann am Ende zur Dekoration noch ein paar kleine Figuren und eben diese Bäume wie man sie hier sieht und wie das dann am Ende aussieht das seht ihr dann am Ende des Videos allerdings wollte ich noch kurz gesagt haben tut es mir leid für die schlechte Quali allerdings hat unsere Kamera nicht mitgespielt und deswegen mussten wir das ganze dann wo wir das aufgenommen haben mit dem Handy aufnehmen deswegen ist die Qualität jetzt hier nicht so prickelnd allerdings würde ich sagen legen wir jetzt trotzdem mal los und zwar wie man hier sieht haben wir das Styropor eben ausgeschnitten auf die Form gebracht und dann hier aufgeklebt das ganze mit einem nicht ganz so heißem Heißkleber denn wenn er zu heiß ist dann schmilzt das Styropor natürlich ein aber so hat es funktioniert und dann sieht man jetzt auch hier schon eine grobe Bergspitze wie das dann eben nur noch so vergipst und mit Schnee bearbeitet wird insgesamt sieht man jetzt hier wie der erste Gips aufgetragen wurde dazu natürlich die Gipsmasse mit Wasser vermischt und dann einfach drauf geschmiert und das muss dann am Ende natürlich trocknen und hier auf der Bergspitze ist kein normaler Gips sondern eben die Schneemasse und wenn das dann komplett ausgehärtet und getrocknet ist dann sieht man auch den Unterschied dass es auch eindeutig viel weißer ist und dann haben wir da eben nur auf der Bergspitze noch einen leichten Glitter gemacht so dass das hier wie man eben sieht noch etwas mehr hervor sticht und somit eben glänzt und das andere wurde dann eben auch noch bearbeitet das sehen wir dann gleich und zwar haben wir dann dort wo kein Schnee sein soll jetzt sieht man erstmal hier noch die zwei Gebäude wo kein Schnee sein soll haben wir einfach Wasser genommen ganz normales Wasser und dort ein bisschen schwarze Farbe genommen und dieses dann haben also dieses haben wir dann eben hier auf den Gips getröpfelt und somit wurde dieser Gips noch mal dunkler und jetzt sieht man hier auf jeden Fall schon die Unterschiede ja dann haben wir hier noch die Figuren und Bäume aufgeklebt alles ist getrocknet und so sieht das dann im fertigen Zustand aus und dann war es das dementsprechend auch schon wieder mit diesem Video wir verabschieden uns wir bedanken uns fürs zu sehen und ciao